Hallo Leute, hier ist SNSB und ich präsentiere euch heute mein neues Custom Baumhaus. Ich hatte ein paar braune Teile über und Blätterzeug hier von Indiana Jones. Da habe ich mir überlegt ein Baumhaus für Chewbacca zu bauen. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Hier auch überall mit den ganzen Ästen und so. Ja, hier kann Chewbacca sitzen und hier hat er so einen Hologramsender, womit er sich mit, keine Ahnung, mit anderen Wookies oder Klonen oder so, mit denen er reden kann. Ja, dann habe ich hier noch so ein paar Pflanzen angebracht und ja, wie gesagt, hier die ganzen Äste. Da ist noch eine Pflanze, also hier ist der Baumstamm und hier hat er dann seine Wohnetage. Da kann er sich noch da hinstellen. Ja, dann kann er auch noch hier hochklettern und keine Ahnung, gucken, wenn andere Wookies kommen oder so. Ja, also ich finde es eigentlich ganz cool. Ist ganz gut gelungen, auch hier mit dem ganzen, also dass es auch so aussieht wie ein Baum, dass es hier hoch geht mit auch ein paar abwechslungsreichen braunen Teilen, hell und dunkel. Ja, auch mit den grünen Blätterzeugs hier. Ja, finde ich ist sehr gut geworden. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschau.